Willkommen bei Let's Show Minecraft, ich wollte mal die Map zeigen. Das ist eine Multiplayer-Map. Ja, das sagt ja mega, aber es geht ja. Das stimmt auch schon. Okay, jetzt zeig ich mal weiter. Ich zeig erstmal meinen Schlafraum, ich hab das mit jemand anders gebaut. Mit Instinkt. Mein Zimmer. Ja. Fernseher. Sein Zimmer. Leider ist das der zweite Stock hier. Der Obergeschoss. Jetzt sind wir wieder im Erdgeschoss. Jetzt gehen wir mal ein tiefer. Unser Lagerraum. Eigentlich sind ziemlich alles dritten. Wir haben noch nicht lange gespielt, aber schon was geholt. Sand. Stein. Und das Textilpack ist von Gero. 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 Haben wir alles ohne Sheethen hinzukriegen. Wir sind eh keine... Wie heißt das? Keine... eine... Impuls... boah... ich hab zu viel gegessen heute. Boah. Ich hab zu viel gegessen heute. Wir haben auch schon viel Brot. Getreide. Und die Lärm. Mülleimer. Kramkiste. Kramkiste 2. Jetzt zeig ich mal, ist das eine Farm? Ich kann eigentlich wieder ernten werden, aber das mach ich jetzt nicht, weil es jetzt ein Deckshow ist. Die Ecke ist das Haus von außen. Die Ecke ist das Haus von außen. Die Ecke ist das Haus von außen. Der Lackt auch kaum. Außer wenn da richtig viele draufkommt. Die Ecke ist das Haus von außen. 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 Die Portale gehen hier alle nicht. Das finde ich doof. Ein bisschen. Aber kann man nichts draus machen. Aber sonst ist alles prima. Die Ecke ist das Haus von außen. 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 Jetzt kommen wir zur oberen Stadt nachher an. Nein, nicht mein Ding. Ach, meine Güte. Jedenfalls habe ich ein geiles Haus. Ich habe dieses Haus mitgebaut. Ich habe ziemlich am Anfang, wo er es gebaut hat, mitgeholfen. Hat er ja ungefähr das hier stehen gehabt, aber sonst nichts. Hier, das habe ich mitgebaut. Ist alles ausgehöhlt. Ist Arbeit gewesen. Hier war alles Sand. Das sieht man ja nicht mehr. Das sieht man ja nicht mehr. Ist man glaube ich hier. Das sieht man gar nicht so. Aber es war alles ausgehöhlt. Und dass sie unten nur aufziehen. Oder in die Lava rein. Und dazwischen muss sie auch in Zwischenraum hin. Und die ganzen Steine die wir haben. Und hier. Und Dreck hat man halt ganz viel. starred haben. Und mit Dreck. Dreck. Und hier sind noch mal die Dreckнул. Vorher sind die Dreck. Oh mein Gott. Ange Oh, muss ich mal alles abgeschlossen sein Was ist das? Mann, ich werde schon Ich habe das an diesen Dass es dann alles abgeschlossen wird Da kann man nichts vorschlagen Alles am rum Aber so Ja, jetzt haben wir weiter Wir haben auch viele Öfen hier Natürlich auch ganz viel Ach, ganz viel Denn Blauen Materialien Holz Richtig viel Ziegeln Eingeblasen Hast du mit Ziegeln keine Meilen gebaut? Hast du mit Ziegeln keine Meilen gebaut? Nein Feuerstein 37, ja Schöne Menge Ich war in letzter Zeit nicht so oft hier an Aber, ja Ich höre gleich hier auf nadcar introm Ich habe noch Ziegeln Play Kita bei bei Ich sage es Ihnen noch Bis zum nächsten Let's Show oder Let's Play oder irgendwas, bis denne, 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 tschau.